Zum jetzigen Zeitpunkt sind unsere Bildungsstandards sogenannte Regelstandards. Sie zielen auf ein mittleres oder eigentlich eher gehobenes Niveau ab. Wichtig wäre aber auch, dass man sozusagen nach unten einen Puffer einschiebt. Wir brauchen daneben und als Ergänzung auch Mindeststandards für deren Erfüllung dann Schülerinnen und Schüler genau wie ihre Eltern, genau wie Lehrkräfte verantwortlich sind. Wir müssen einfach sicherstellen, dass Jugendliche mit Mindestkompetenzen, mit Mindestwissen in die berufliche Bildung hineingehen. Dafür müssen alle, dafür muss die ganze Gesellschaft die Verantwortung übernehmen.